Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Specials rund um die Logikpläne am heutigen Modul Mittwoch. Ich bin auch ohne Bart der Stefan von Simcon und heute erkläre ich euch alles, was ihr über Sublogikpläne wissen müsst. Wir werden das Ganze mal ausprobieren und wir werden nachher auch importieren und exportieren. Also heute volles Programm, das Video wird aber ein bisschen kürzer, kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich bin hier wieder im Logikplan-Editor unterwegs und ihr seht, das Ganze ist relativ übersichtlich, denn hier gibt es nichts zu sehen. Ich will euch einmal kurz erklären, was so ein Sublogikplan ist. So ein Sublogikplan könnt ihr euch so vorstellen wie einen verschachtelten Logikplan oder vielleicht ein bisschen einfacher vorzustellen wie eine Blackbox. Ihr habt auf der einen Seite Eingänge, auf der anderen Seite Ausgänge, das heißt im Idealfall schickt ihr vorne was rein, bekommt hinten irgendwas wieder raus. Die Magie des Ganzen passiert dann innerhalb dieser Blackbox, in dem Fall innerhalb dieses Sublogikplans. Im Logikplan-Editor sieht das Ganze so aus, ihr habt hier im Repository auf der linken Seite hier das Modul Sublogikplan und das ziehe ich einmal rein. Und jetzt könnt ihr sehen, ich mache es mal ein bisschen größer hier, das ist einfach nur so ein Modul. Ich habe einen Ausgang und einen Eingang und ich habe hier so einen Stift, da klicke ich einmal rauf. Und jetzt bin ich eine Ebene weiter. Ich bin jetzt in dem Sublogikplan drin, in dieser Blackbox, wenn ihr es so nennen möchtet. Und hier seht ihr auch ganz normal einfach nur einen Eingang und einen Ausgang. Das ergibt nicht wirklich viel Sinn und Spoiler-Alarm, das was ich euch jetzt zeige, auch nicht. Aber ich denke, das beleuchtet einfach so die Funktion eines Sublogikplans ganz gut. Ich mache hier erstmal die Verbindung raus und habe jetzt hier einmal den Eingang, den ich mir markiere, und ein bisschen so in die Mitte schiebe, damit das gut aussieht und ein bisschen übersichtlicher wird. Und jetzt möchte ich gerne eine Logik haben. Die einfachste Logik wäre jetzt erstmal so ein Und hier reinzuziehen. Genau so. Und jetzt ziehe ich mir hier einfach den ersten Nipsi an Wert 1 und ziehe das hier einfach weiter an den Ausgang. Jetzt haben wir noch einen zweiten Wert, den wir brauchen. Und das ist ganz einfach. Ihr seht hier auf der linken Seite, das Repository hat sich so ein bisschen geändert, seitdem wir hier in diesem Sublogikplan unterwegs sind. Denn wir haben hier Sublogikplan Eingänge, Ausgänge und Parameter. In dem Fall wollen wir uns noch so einen Eingang hier nehmen. Und den verbinden wir dann mit dem zweiten Nipsi hier vorne. Und schon ist das Ganze fertig. Jetzt könnte ich hier entsprechend noch die Eingänge umbenennen. Hier seht ihr es, auf der rechten Seite jeweils in den Eigenschaften steht 1 und hier steht Eingang 2 und so weiter. Damit das Ganze ein bisschen anwenderfreundlicher wird. Ich beschränke mich aber jetzt erstmal auf das, speichere dann und gehe zurück. Und jetzt könnt ihr sehen, hier vorne hat sich etwas geändert. Ich habe jetzt hier einen zweiten Eingang dazu. Und mehr sehe ich erstmal nicht. Und mehr interessiert mich auch gar nicht. Ich weiß, was dieser Sublogikplan macht. Nämlich nicht viel, sondern der hat ja nun unter drin. Das Ganze lebt natürlich von einer ordentlichen Dokumentation. Das heißt, wenn da ein bisschen was Komplexeres drin ist, sollte schon das Ganze, also die ganzen Eingänge ein bisschen sprechend bezeichnet werden. Das heißt, dass der Anwender dann weiß, was er vorne heran klemmen muss. Ich bin mir jetzt sicher, dass ich da vorne einfach nur zwei Variablen lesen möchte. Und zwar möchte ich das einmal ganz kurz vorführen. Ich gehe hier auf Eingang 2. Dann gehe ich hier auf Eingang 1. Und dann hatten wir ja in der ersten Folge schon gelernt, dass wir dem Ganzen hier noch IDs zuweisen müssen. Einmal Taste 1 als Dummy. Einmal hier dann den Taster 2 als Dummy. So. Und dann brauchen wir auch noch einen Ausgang, also Variable schreiben. Machen wir auch nochmal fix hier ran. Genau. Und hier gibt es auch eine ID, nämlich die Testlampe. So. Speicher nicht vergessen. Ganz wichtig. Und dann gehe ich einmal in den Live-Modus. Ich schalte das jetzt hier mal auf True und auf True und triggere das einmal an hier manuell. Und dann könnt ihr sehen, das Ganze ist hier hinten auch wahr. Logischerweise. Denn da drin ist ein Und. Der wird jetzt an Eingang 1 und 2 mit einem True beliefert. Und gibt dann entsprechend hinten einmal das True auch weiter. Ich triggere es nochmal an. Und jetzt könnt ihr sehen, hier vorne ist einer auf 0 gesprungen. Und entsprechend haben wir hier ein False am Ausgang. Das ergibt nicht Sinn. Aber letztendlich erklärt das so die Funktion von so einem Sublogikplan richtig gut. Ich gehe jetzt wieder zurück in den Editier-Modus und schmeiße mir den ganzen Mistchen nämlich mal raus. Und zeige euch jetzt mal eine ganz coole Möglichkeit, wie ihr so eine komplexere Logik in so einen Sublogikplan reinpacken könnt, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Denn ich bin faul und ich mag es zu importieren. Und dafür gibt es hier unten Sublogikplan importieren. Das ziehe ich mir einmal rein. Und jetzt öffnet sich hier ein bisschen was. So ein Importfenster. Und dann sehe ich hier, habe ich mir heute schon einen Sublogikplan heruntergeladen. Und wo ich den her habe, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ich bin nämlich hier im Forum unterwegs. Und ja, hier ist noch die Rede von Workflows. Warum das Ganze Workflow hieß und jetzt Logikplan heißt, das habe ich in der ersten Folge erklärt. Wer die nicht gesehen hat, ich verlinke das hier oben mal. Also lasst euch daran nicht stören. Hier ist noch die Rede von Workflows. Das heißt, hier seht ihr einen Workflow oder Neu-Logikplan. Und hier hat sich der Entwickler davon überlegt. Ich mache hier einen Bewegungsmelder mit Treppenhausautomat. Brauchen wir jetzt erstmal nicht diese ganze Funktion. Aber ihr könnt hier sehen, das sieht schon recht groß aus, was hier vorne ist. Hier seht ihr so, ich mache es mal ein bisschen größer. Hier seht ihr den Subworkflow. Und ihr habt ja vorne ganz schön viele Eingänge. Und hinten kommen zwei Ausgänge raus. Und ich würde vorschlagen, den importieren wir uns jetzt mal. Ich habe ihn schon runtergeladen. Das heißt, für mich ist der Weg jetzt ganz einfach hier über den Editor. Das war ja schon offen. Ich gehe auf Öffnen. Und da ist das gute Stück. Das ist mein Sublogikplan. Und jetzt haben wir ja eben gelernt, das Ganze können wir auch bearbeiten. Und das ist ziemlich cool. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Das Ganze ist da drin schon ziemlich komplex. Da hat sich jemand also wirklich viele Gedanken gemacht. Denn die Logik, die da drin ist, wenn ich jetzt mal ganz rausgehe, ist schon ziemlich groß. Ihr könnt hier aber auf der linken Seite erkennen, hier habe ich meine ganzen Eingänge. Die hat er da wohl reingezogen. Und hier habe ich auch zwei Ausgänge. Nämlich hier unten einmal und hier einmal. Das ist jeweils die Ausgangsseite. Und in der Mitte passiert dann sozusagen die Logik. Dort werden die ganzen Variablen bzw. diese ganzen Werte dann verarbeitet. Ich kann natürlich jetzt hier reinklicken. Ich kann Sachen umbenennen. Ich kann auch Sachen rauslöschen oder hinzufügen. Ich kann diesen Sublogikplan jetzt ganz nach meinen Bedürfnissen verändern und anpacken. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte wieder auf Zurück gehen. Ich mache mir das Ganze jetzt hier ein bisschen größer. Und hier seht ihr, könnt ihr jetzt einfach eure Variablen, eure Instanzen vorne ranhängen an diese Nipsis hier vorne. Und das, was ich eben meinte, das sollte man dann am besten relativ selbsterklärend machen. Melderaktualisierung, Melderstatus, Helligkeit, Helligkeit, Limit und so weiter. Sodass der Anwender da auch weiß, das Ganze anzuschließen. Und wir haben das Ganze ja jetzt importiert. Und wenn ich jetzt sage, oh Mensch, ich habe jetzt selber einen richtig coolen Logikplan erfunden für mich oder einen Sublogikplan, dann kann ich das Ganze auch exportieren. Und um so einen Sublogikplan zu exportieren, müsst ihr auf den Stift klicken und dann quasi in dieser Ansicht des Sublogikplans sein. Also das Innere sehen sozusagen. Und dann geht ihr hier oben auf Administration. Und dann geht ihr hier auf Logikplan exportieren. Und dann könnt ihr das Ganze abspeichern. Ich habe das hier schon mal gemacht. Ihr könnt es hier sehen, M1 ist hier schon mal vorhanden. Ich nenne das jetzt mal irgendwas. Speichere das Ganze mal ab. Und dann gehe ich wieder zurück. Jetzt habe ich hier meinen Logikplan. Den schmeiße ich raus. Und jetzt mache ich einfach mal die Kontrolle. Ich sage, ich möchte mir den importieren. Und jetzt seht ihr, hier ist gerade der neue Sublogikplan erschienen. Und den hole ich mir jetzt auch mal rein. Der ist natürlich jetzt genau dasselbe, den ich eben schon reingezogen habe. Aber da könnte jetzt meiner hinter stecken, den ich mir entsprechend eben erstellt habe. Das Coole daran ist, ich kann das Ganze natürlich jetzt auch an mehreren Stellen verwenden. Mit Copy-Paste das Ganze. Und habe dann immer wieder die gleiche Logik für Sensorauswertungen oder sonstiges, die dann immer wieder verwendet wird. Und wenn ich natürlich so cool bin und sage, das möchte ich der Nachwelt auch zur Verfügung stellen, dann kann ich das auch ins Forum hochladen. Hier unter Workflow-Beispiele oder vielleicht auch unter Logikplan-Beispiele dann entsprechend zur Verfügung stellen. Die Leute können sich das runterladen und dann entsprechend euren Sublogikplan verwenden und damit glücklich werden. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn euch noch Fragen einfallen, gerne unten in die Kommentare oder auch hier über die Community. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dann. Tschüss.